ja moin ihr lieben willkommen zurück was habe ich mir da eingebrockt mit der aktion es ist echt spannend ihr seid verrückt ich kann nur so viel sagen schon mal im vorfeld bevor wir einsteigen ich glaube es sind über 200 bilder bei mir eingetroffen so dass ich immer wieder mein e mail fach löschen musste und zwischen speichern musste und so weiter also das schon mal vorab tierisch und heute ist der erste part ich habe mir die ersten bilder von euch vorgenommen und ja sowohl für mich als auch für euch dranbleiben hoffentlich spannend ja moin ihr lieben willkommen zurück ja verrückt verrückt was da alles eingetrudelt ist innerhalb von nur drei vier fünf tagen über 200 bilder und ihr braucht keine bilder mehr schicken also ich habe gefühlt behaupte ich mal könnte ich 20 folgen machen das werde ich nicht und wobei wir gucken mal wie diese erste folge hier ankommt was ihr so schreibt ob euch das gefällt deswegen geht in euch ob euch das gefällt und ob ihr das so gut findet dann kann ich mir vorstellen noch das ein oder andere zu machen aber es war natürlich sauschwierig überhaupt eine auswahl zu treffen ich habe mir dann überlegt ich mache das anders ich habe jemand gebeten ich habe einen ordner gemacht und habe gesagt okay klick jetzt mal fünf an klick sechs klick acht einfach gewahrlos in den ordnern wo ja nur irgendwelche nummern und dahinter jpeg oder ihr habt ja auch raws geschickt und was auch immer und die nehme ich dann und ich habe die dann im grunde beim in lightroom rein importieren das erste mal gesehen weil ich wollte mich da nicht beeinflussen lassen darüber hinaus habe ich entschieden ich nenne ich nenne keinen namen weil auch das wäre ein tierischer aufwand geworden und viele von euch konnten sich ja doch nicht verkneifen irgendwas dazu zu schreiben und dann habe ich mir gedacht okay das hast du im hinterkopf wenn du dann das bild siehst und ich wollte auf keinen fall mich beeinflussen lassen und auch nicht selber auswählen und ich habe die alle nur so genommen speichern speichern in einen ordner habe ausgewählt habe auswählen lassen und mit den bildern also keine namen und wie gesagt es ist meine ganz persönliche herangehensweise was was wirkt oder was bewirkt das bild jeweils was löst es in mir aus wie sehe ich das was würde ich damit machen also es soll auch keine kritik oder bewertung sein also es nicht eine klassische bildkritik sondern einfach nur was gefällt mir wie was würde ich machen was würde ich lassen wie auch immer und deswegen um mal überhaupt versucht zu starten wie das so funktioniert und da bitte ich um euer feedback schreibt runter ob ihr das gut findet oder ob ihr der meinung seid naja haben wir uns anders vorgestellt sonst ist das eine einmalige folge aber ich habe ja aufgerufen und ihr wart sensationell wie gesagt über 200 bilder von daher lange rede kurzer Sinn wir steigen da jetzt ein wir sind jetzt am rechner und es geht jetzt einfach mal los ja so willkommen beim rechner willkommen beim ersten bild und ein bild was mir gleich ganz gut gefallen hat muss ich sagen weil es halt einfach mal ein sehr helles bild ist durch diesen hintergrund und ich habe ja auch mal angedeutet ich bearbeite die nach meinem gusto also natürlich wird es mehr oder weniger so sein dass die natürlich in schwarz weiß geändert werden und fand das eine sehr schöne szene ich fand die aufteilung hier schön und ja man hat halt so ein bisschen was zu entdecken und letztendlich meine version ich habe versucht das ganze natürlich noch ein bisschen schumbriger zu machen in dem sinne dass ich hinten versucht habe diese konturen von dieser wand rauszunehmen habe das alles sehr viel heller gemacht dass noch so ein bisschen mehr surreale szene entsteht und hier sind für mich die stars natürlich ganz einfach ja die drei und da sitzt der volle fokus drauf da gucke ich hin und habe das mal in dem zug gemacht aber schönes bild auf jeden fall das nächste ein ganz wunderbares bild also ein bild was mir tatsächlich auch hier in der farb variante hervorragend gefällt und da habe ich dann wirklich auch gesessen und dachte mir was würdest du wenn du das jetzt fotografiert hättest was würdest du machen und es gibt halt zwei sachen klar obwohl mir der look hier ausgesprochen gut gefällt das möchte ich mal betonen nicht dass alle denken ich bin irgendwie schwarz weiß hasser das hier ist natürlich das könnte genauso gut alles ein filmplakat sein ich finde das telefon super ich finde hier die film rolle super den schärfeverlauf das einzige was mich so ein bisschen abgelenkt hat habe ich mir sogar eine zweite meinung eingeholt ist hier hinten dieses rote das hat mich so ein bisschen also das hat den blick so ein bisschen erst auf das auf die bilder klar und dann habe ich gemerkt gleich dahin gezogen und ich habe dann so gedacht das würde ich gerne irgendwie weg haben und meine variante ist im grunde klar in schwarz weiß der fokus noch mehr auf die bilder und hinten habe ich dann bisschen gearbeitet dass diese packung weg ist und das wäre so meine variante so würde ich das machen aber auf jeden fall sehr sehr schönes bild und könnte filmplakat sein finde ich wirklich mag ich sehr muss ich schon sagen ja dann habe ich das bild hier mir lange angeguckt und das möchte ich mal so beispielhaft jetzt zeigen weil ich weiß was hier für eine arbeit drin steckt bis das so ist wie man das haben will bis da wirklich alles passt ist halt eine geile nachtaufnahme in der stadt und das einfach auch und da stehe ich auch zu das habe ich nicht angerührt das habe ich auch nicht verändert und das habe ich auch nicht in schwarz weiß gemacht weil das passt hier für mich also das ist einfach wie gesagt handwerklich ein ganz ganz großartiges bild also oben die lichter von dem von dem von dem turm und die farben ich hoffe das ist also es kommt auf großen monitoren gigantisch und das da habe ich nichts wie gesagt ich habe nichts dran gemacht ich habe nichts verändert das bild auch wenn es nicht meiner art der fotografie ist aber das ist wirklich ein bild da würde ich auch hängen bleiben bin ich ehrlich ja eine sehr sehr schöne szene hier dieses bild das bild hätte ich auch in jedem fall gemacht also ganz klar sowas mag ich ja lichtschatten schön klar irgendwie ich habe es dann nur als ich dann den lightroom hatte ein bisschen anders also ich finde zwar oben diese dieses holz oder was es da ist das finde ich ist schön aber das hat hat mich so ein bisschen abgelenkt und für mich ist hier war ganz klar fokus auf die frau die da sitzt die schatten ich finde die kacheln allerdings sehr sehr cool die da an der wand sind und meine bearbeitung um es zu zeigen wäre dann im grunde ungefähr so der ausschnitt hier das waren ja auch viele jpegs deswegen beim vergrößern dann nicht über die qualität rummehren das geht hier im grunde nur wie wie hätte ich das foto letztendlich dann für mich genutzt weil ich finde das lenkt mich ja alles ein bisschen zu sehr ab bei dem ausschnitt war mir das dann alles sehr viel klarer und sie ist der star im bild und finde aber trotzdem die kacheln gerade im schwarz weiß bereich da sehr schön ja dann auch eine aufnahme habe ich lange überlegt und habe auch probiert und auch mal als beispiel auch hier muss ich gestehen dass mir das als farbversion deutlich besser gefällt als schwarz weiß version das habe ich gelassen ich habe ein bisschen was an der an dem rot an der helligkeit gemacht das ist und an dem riesigen rahmen und im grunde wäre meine version ungefähr hier das heißt ich nehme mir auch immer gerne so einen weißen rahmen ich mag das aber wenn ihr mal auf das rot achtet seht das ist hier etwas dezenter dunkler und hier habe ich das rot ein bisschen noch raus gearbeitet das wäre so meine idee gewesen aber auch 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 ein bild auch auch in farbe was mir ausgesprochen gut gefällt ja das hat mich gefreut dass das dann so in meinen lightroom ordner reinwanderte weil das ist so ein bisschen dass da wische ich mich ehrlich gesagt auch bei eine tolle szene diese diese die die braut diese gruppe und das da habe ich mich selber auch immer wieder erwischt dass ich der meinung war du musst so das umfeld aufnehmen aber also mir gefällt das hier sehr sehr gut hier ist für mich absolut der fokus sie ist der star ich meine man sieht auch schon in diesem ausschnitt diesen gesichtsausdruck den ich sensationell finde vor stolz platzend also wirklich super und das hier rechts hier ist eine abgeschnittene person hier im dunkeln auch kleidungstechnisch nicht passend über ihn könnte man jetzt noch ein bisschen streiten da hinten und hier gut im grunde habe ich nicht viel gemacht außer moment den ausschnitt zu verändern und halt versucht klar das ist für mich der fokus da ist das bild für mich und ihr gesicht will ich halt sehen also wirklich den gesichtsausdruck finde ich hammer und das geht hier alles so finde ich in der szene ein bisschen unter aber toll eingefangener moment ja dann ein weiteres bild herausfordernd weil ich sehe das ja immer aus meiner sicht heraus das ist sehr cool ist auch eine coole location und auch der typ ist besonders cool und ich habe mich erst ablenken lassen von den von den bunten farben hinten die sehr dominant sind und auch von der aufteilung her vom bild schnitt her und aber ich finde ihn eigentlich sensationell und habe mir dann habe auch überlegt kann das überhaupt in schwarz weiß funktionieren und meine version sieht dann so aus und gerade weil er wenn man das sieht er war halt mit seinem gesicht hier gerade auch vor hellen bereichen und da wusste ich halt in der schwarz weiß im schwarz weiß wird das hell sein dann kommt er im dunkeln und hier müsste hinhauen und ich finde halt er ist für mich halt die coole socke mit handy und dicken kopfhörern und der hintergrund ist cool aber man kann das selbstverständlich auch so nehmen aber für mich war ganz klar hätte ich das bild jetzt gemacht und nachher dann bearbeitet wäre so meine bearbeitung hätte die so ausgesehen und so hätte ich es auch in jedem fall online gestellt weil finde ich ein geiles bild geiler typ irgendwie hat was nächste bild ja wunderbare atmosphäre absoluter absoluter regen bisschen hier so die location sie natürlich mit dem schirm und auch hier so die die tropfen und so bild was mich sehr anspricht dann auch lange überlegt lässt es so wie es ist weil aber habe mir dann gedacht okay man könnte das ja ein bisschen zeitloser gestalten und da so cool die auch sind diese ganzen autos hier links wenn es jetzt new york gewesen wäre oder irgendwelche yellow caps oder in kuba oder weiß der geiler hätte ich gesagt okay aber ich meine das fand ich jetzt die fand ich jetzt nicht so spannend und habe es im grunde nur neu beschnitten und ich finde so ich hatte dann über überlegt habe ich ehrlicherweise vergessen ich wollte sogar ein bisschen noch rauschen rein fügen und dann hätte das wirklich ein bild sein können was gut wenn man jetzt nicht wusste wüsste was das hier oben für ein logo ist wenn sagen wir das hier noch ein bisschen andere andere location aber wenn das schild weg wäre vielleicht noch ein bisschen verrauscht da dann hätte das wieder ein bild sein können was von was weiß ich ist und hier die beiden schilder weg und dann das wäre so meine wahl weil ich auch hier finde klar dass die autos da links ja ist okay aber wer ist mein bild wäre das letztendlich so rausgekommen aber gefällt mir sehr nächste bild geile location auf jeden fall da würde ich wird gerne mal wissen wo das ist würde ich auch fotografieren also finde ich super und gefällt mir auch in der farb variante sehr gut habe es dann im grunde war mir eigentlich schon sofort klar das bild wird auch in schwarz weiß gut funktionieren und durch dieses licht habe die schatten noch so ein bisschen im unteren bereich das kann man hier sehen also hier ist es ein bisschen kommt das noch ein bisschen mehr raus und das wäre meine variante aber auf jeden fall eine klasse location in jedem fall ja auch also ich meine ihr habt mir kein schrott geschickt ne das sieht man schon das sind alles wirklich klasse bilder auch ein bild was mir habe ich lange überlegt was ich es überhaupt an weil auch der farblock mir ausgesprochen gut gefällt die location ausgesprochen gut gefällt und auch was man halt entdecken kann auf dem bild ne also das bild was man sich anschaut habe mir dann aber gedacht hier diese raster also das ja dann scheinbar von der sonne die irgendwo hier kommt das kann man bestimmt gut raus arbeiten und in schwarz weiß funktioniert das natürlich hervorragend von daher ganz klar meine wahl ist dann schwarz weiß ich habe es oben auch noch ein bisschen beschnitten ein bisschen tiefer bisschen kompakter gemacht und so hätte ich das bild wäre es meine wahl gewesen logisch in der schwarz weiß fotografie aber eine prädestinierte szene natürlich wo es gibt viel zu entdecken also ich mag das bild wirklich cool ich glaube dass das letzte bild aus der ersten rutsche naja ich mag ja musik und die gypsum die gitarre ist halt wirklich klasse ich habe auch schon mal musikalisch solche detailaufnahmen gemacht und es ist von vornherein in schwarz weiß gewesen allerdings muss ich gestehen ich hatte wirklich ein bisschen meine schmerzen ich glaube hier war hier war so ein bisschen die überlegung was was zeige ich in die gitarre oder den oder den kopf also ich finde seinen gesichtsausdruck super weil man merkt er ist gerade völlig drin ist ja auch in der lage wo er sich hier bewegt also er ist da gerade völlig drin in der musik aber mich hat hier natürlich gestört dass er abgeschnitten ist ganz klar das fand ich sehr schade ich hätte er vielleicht von der gitarre ein bisschen weggenommen habe mich dann entschieden aus dem bild eine detailaufnahme zu machen weil man sieht so ein bisschen die bewegung und das ja das finde schon ja von der gitarre und das hat dann für mich besser funktioniert wie gesagt das ist denn sein kopf komplett gewesen wäre es wahrscheinlich anders gewesen aber das hat mich jedoch sehr gestört dass der abgeschnitten ist da hätte ich lieber die gitarre ein bisschen von mir aus hier versucht zu hatten um sein gesichtsausdruck zu haben gibt es aber wahrscheinlich eh noch als bild meine variante meine wahl wäre dann dieses bild gewesen ja das war so die erste rutsche das war so meine herangehensweise und weiß gott nicht einfach ihr habt gesehen es gibt bilder die hätte ich auch so gelassen aber klar wenn wenn man schwarz weiß sich entschieden hat habe ich sie halt umgewandelt auch da haben sie gut funktioniert es waren tolle bilder dabei und das was ich so jetzt angemerkt habe ist ja meine ganz persönliche meinung und auch keine kritik an denen der das bild gemacht hat sondern so wäre ich vorgegangen und jetzt habt ihr mal so die erste rutsche erlebt ja gut also das mal einfach jetzt mal so ein erster part einige bilder die ich mir vorgenommen habe das hatte schon richtig spaß gemacht und es war auch gar nicht so einfach weil ihr habt tolle bilder alle geschickt und ich habe auch immer gesagt ich kann ja nicht sagen das bild ist schlecht weil ich war nicht in der situation ich weiß nicht was es euch bedeutet was ist den was ist in dem moment für den der es aufgenommen hat für gefühle hervorgerufen hat keine ahnung von daher seht es mir nach aber es war auf jeden fall super spannend und jetzt kommt es im grunde darauf an wie wird das angenommen schreibt unten rein ob ihr es weitergeführt haben möchtet wie gesagt bilder habe ich noch reichlich und aber auch in den nächsten folgen werde ich die per zufalls generator sozusagen auswählen weil das geht sonst nicht und dann machen wir das gerne weiter also das ist liegt jetzt in euren händen ich habe aufgerufen ihr habt geschickt ich habe es jetzt mal so gemacht wie ich es mir vorgestellt habe und jetzt seid ihr dran es anzunehmen oder zu kommentieren und zu sagen ja super auf jeden fall weitermachen dann habe ich hier ordentlich futter aber wie gesagt ich brauche tatsächlich keine weiteren also ich hoffe die erste folge hat euch gefallen ich wünsche euch was schönes werdet und bleibt gesund und dann schauen wir mal sehen uns sowieso die nächsten tage auch mit anderen themen also danke für die aufmerksamkeit und noch mal vielen dank fürs mitmachen und tschüss